hallo schönes du und so was von herzlich willkommen bei deinen wir sind heute ein paar mehr so fies katzer hat sich gerade zu uns gesellt und sie hat gerade so süß über sophies gesicht geschleckt und braucht ein bisschen aufmerksamkeit und zwinkert hier einmal zuckersüß in die kamera ja zurück zum thema warum wir uns heute hier versammeln ist weil wir ganz ganz dringend mit dir hier über das thema bewertungen sprechen und warum weil bewertungen dich davon abhalten in deiner freude zu sein und wir wollen einfach ein bisschen tiefer in das thema einsteigen und vielleicht hast du den ein oder anderen aha moment und wenn du den mit uns teilen willst sind wir natürlich wie immer sehr offen und ohne weitere umschweife würde ich sagen lasse die spiele beginnen ja sehr so sophie ja wir sind hier mal wieder zusammengekommen um über ein ganz wichtiges thema zu sprechen nämlich bewertungen und bewertungen unter dem aspekt das ist ja auch einfach ein riesen wie heißt es eigentlich ein riesen abhalter davon ist unsere freude wirklich zu leben magst du ja ja oh mein gott wo sollen wir denn da starten da gibt es so viel zu sagen also erstens mal ich glaube das wichtigste was ich gerne den menschen mitgeben möchte ist dass bewertungen dazu da sind um jemanden zu kontrollieren also wie oft bewertet dich jemand weil ihm das nicht passt so wie du bist und durch die bewertung möchte er dann dass du das nicht mehr machst sprich es ist ein kontrollwerkzeug ist der richtige moment um einfach einmal so einen tusch zu machen baby face killer hat zugeschlagen also bewertungen sind ein kontrollwerkzeug ja und das ding ist dass wir ja damit auch ganz wundervoll und selbst kontrollieren können ja genau also es sind die selbstbewertungen über die wir da heute sprechen werden und genauso auch die bewertungen die von außen kommen wenn du dich permanent selbst bewertest ich kann das nicht ich bin ich gut genug dafür ich weiß es nicht dann haltest du dich auch selber wahnsinnig gut unter kontrolle so dass du nichts größeres wählen musst oder ein größeres leben dir kreieren kannst oder eben auch dass du einfach nicht gefahr läufst von anderen menschen bewertet zu werden oder nicht noch stärker von anderen menschen bewertet zu werden ja was allerdings immer so ein trugschluss ist weil ich sage immer wenn ich jemand bewerten möchte wird er dich bewerten und ja wie oft haben wir versucht perfekt zu sein wie oft haben wir versucht das für jemanden richtig zu machen und deren erwartungshaltung zu erfüllen nur das ding ist wir kommen dann immer in so ein strudel rein und sind überhaupt nicht mehr wir selber sprich wir können auch gar nicht mehr unsere freude leben und es wird sowieso jemand der dich bewerten möchte wird einen grund finden dich zu bewerten da kannst du noch so perfekt sein und wir sind keine freunde von perfektionismus und ganz im gegenteil wie viel spaß kannst du damit haben ist heute abzufackeln ja ich seitdem ich dich kenne so stark begleitet weil es so viel bock macht es macht einfach alles so viel mehr bock der frage wie viel spaß kannst du damit haben heute so richtig abzufacken ja oder wie viel spaß kannst du heute und das sind bitte schon werkzeuge die er verwendet ja also wie viel spaß kannst du auch haben mitbewertungen von anderen menschen magst du da mal ein bisschen drauf eingehen wie spaß hast du mitbewertungen von anderen menschen tja immer mehr spaß das ding ist sie halten uns am anfang zurück oder wir erlauben uns nicht irgendetwas nach außen zu tragen weil wir denken ups aber da könnte uns ja jemand bewerten ich habe zum beispiel ganz lange ich habe in der werbung gearbeitet und ganz lange habe ich gar nicht erzählt dass ich access consciousness praktiziere und dass ich mit diesen werkzeugen spiele weil ich mir gedacht habe naja ich werde dann die bewertung bekommen ich bin irgend so eine ich nenne es jetzt mal esotante obwohl access consciousness nichts mit esoterik zu tun hat aber anyway und ich habe mich ganz lange versteckt und das gar nicht irgendwie zugegeben und das ist so spannend und ich habe auch meine kurse die ich schon gemacht habe am anfang gar nicht so in diese welt rausgetragen weil ich mir gedacht habe oh mein gott wenn mich leute bewerten aber noch einmal sie bewerten dich sowieso egal was du machst wenn ich jemand bewerten möchte und wie oft ich mich zurückgenommen habe weil mich jemand anderer bewerten könnte das ist so spannend ja wir kreieren eigentlich unser ganzes leben nicht so wie wir es gerne hätten weil uns irgendjemand für verrückt erklären würde für verrückt zu durchgeknallt zu übertrieben zu lustig zu traurig zu dies zu jenes zu aufgedreht zu was auch immer aber es ist eigentlich so scheiß egal es ist wirklich scheiß egal und das möchten wir heute dir in diesem podcast mitgeben jemand bewertet dich okay wow so what absolut absolut ich muss gerade einfach total schmunzeln weil ich das natürlich auch alles voll kenne also das ist nichts neues und ich bin mir ganz sicher dass das ganz ganz vielen anderen menschen auch so geht vielleicht auch mit dingen die sie einfach hinter verschlossenen türen halten aus angst bewertet zu werden gerade ich sag mal so wenn sich jemand mit access beschäftigt oder auch wenn jemand in den täterhealing kurs geht oder so ich war echt schon mit so coolen menschen im täterhealing kurs die einfach beruflich gesehen was ganz anderes machen wo du überhaupt nicht denkst dass sie sich irgendwie mit in anführungszeichen so was beschäftigen gehen da aber halt hart drin auf und waren aber nach außen hin ganz oft ja auch einfach so eine fassade dass das ja keiner mitkriegt dass das ja keiner ja dass dass sie einfach ja nicht angreifbar sind oder genau und die frage die ich mir halt angefangen habe zu stellen als ich gemerkt habe dass ich wirklich mich so krass gefangen in mir selbst fühle weil ich damit nicht so rausgehe wie ich will da habe ich angefangen mir die frage zu stellen okay und wie vielen menschen verwehre ich eigentlich ich sag mal keine ahnung alles mögliche inspiration oder die einladung zu sein einladung genau wie vielen menschen verwehre ich eigentlich all die dinge die ich mir ja eigentlich total wünsche weil ich damit arbeite und damit rausgehen möchte also ich meine du kennst es ja auch nur zur genüge dass du halt von von menschen einfach auch dankbarkeit erfährst weil du mutig bist und schritte gehst die vielleicht wo andere menschen gerade so am absprung sind und sagen okay jetzt noch einmal tiefen luft holen und dann springe ich da einfach rein und dann lernen sie halt so ein verrücktes huhn wie dich kennen und sagen oh ja geil bei der hat es auch klappt okay los arschbombe ja das was wir wollen im grunde ja und ich frage mich auch immer also jetzt wirklich wie würde die welt aussehen wenn wir uns gegenseitig nicht bewerten würden und ein experiment ja das ist wirklich ein geiles experiment und wie viel mehr leichtigkeit könnten wir alle miteinander haben wenn wir einfach nichts und niemanden mehr bewerten für das was er tut für das wie er aussieht für das wir sich gerade gibt das ist glaube ich auch so dass was uns in seiner gefangenschaft haltet die meisten menschen wollen immer so diese freiheit oder oder sie sind glücklich mal wenn sie auf urlaub sind weil da sind sie mal zwei wochen irgendwo niemand kennt sie und sie werden nicht von irgendjemandem bewertet die wahre freiheit liegt aber darin dass wir tatsächlich niemanden nichts bewerten und es beginnt halt einfach total bei uns selbst es beginnt damit dass wir halt anfangen die ersten schritte zu tun oder die schritte zu tun die es auch einfach braucht um sich der bewertungen vielleicht auch erstmal bewusst zu werden ja es beginnt bei uns selber insofern dass wir uns selber nicht mehr bewerten und dass wir auch andere nicht mehr bewerten das sind die da kann jeder bei sich selbst tatsächlich anfangen und jeder kennt das vielleicht auch diese situation oder anders formuliert wie ist es für dich wenn du mit einem menschen zusammen bist und in einem raum bist der ständig alles bewertet ich nehme sehr schnell meine beine in die hand ich glaube das dürfte sogar noch ein bisschen schneller sein meistens das ist einfach extrem unangenehm und man kann mal so beobachten okay wer sind die menschen die gar nicht bewerten oder sehr wenig bewerten und welche menschen sind die die ständig bewerten voll ich würde wahnsinnig gerne an dieser stelle etwas reinbringen was mir damals so geholfen hat das thema bewertungen besser zu verstehen bisschen aus dem nähkästchen geplaudert ich hatte wahnsinnig viel stress als sophie damals so wie sie auch heute über bewertungen gesprochen hat im foundation kurs über bewertungen gesprochen hat weil ich das gefühl hatte dass ich auf einmal nichts mehr sagen darf und dass ich auf einmal keine meinung mehr haben darf und weil ich das gefühl oh mein gott es hat so viel in mir hochgebracht und ich hatte so ich dachte so oh mein gott fuck grab mir ein loch es ergibt alles sinn was sie sagt und ich habe gespürt wie sich mein körper leichter anfühlt und dann wusste ich okay steckt wahrheit drin aber mein komplettes system war so oh mein gott wie sollen wir das anstellen wie wie sieht ein leben wirklich ohne bewertung aus und mir hat da eine ganz wichtige info ich würde mal sagen gefehlt die ich dann aber ziemlich schnell zum glück herausgefunden habe und zwar dass das bewerten nichts mit dem zu tun hat dass du für dich welt was für dich funktioniert und was nicht also du darfst und du sollst zumindest meiner ansicht nach auf jeden fall eine meinung haben und dir deine klarheit erlauben was für dich funktioniert in deinem leben was nicht wo sind meine grenzen was und das kann sich natürlich auch alles verändern es geht nicht darum sich jetzt ein neues gefängnis zu schaffen und zu sagen okay ich beschließe jetzt ich darf xyz in meinem leben tun und das nicht mehr und das ist jetzt bis an mein lebensende so du bestimmst die regeln in deinem leben oder du bestimmst deine richtlinien deine deine werte und du darfst einfach wählen was für dich in diesem rahmen was was sich für dich leicht anspürt was sich für dich gut anfühlt was für dich stimmig ist in meinem leben das hat nichts damit zu tun wenn sich zum beispiel ein mensch in deinem leben nicht mehr gut anfühlt und du merkst war okay wir gehen irgendwie total in unterschiedliche richtungen ich fühle mich nur noch bewertet das ist nur noch eng und du merkst okay das funktioniert einfach nicht mehr dann hat es nichts damit zu tun dass du diesen menschen dafür verurteilt was er ist oder wie erlebt das eine hat mit dem anderen nichts zu tun sondern du bist in der erlaubnis dass der mensch machen darf was er macht aber du musst einfach nicht mehr wie es so schön heißt der effekt davon sein und du musst einfach nicht in diesem reaktions raum sein sondern du kannst einfach für dich entscheiden gut das ist voll gut mach einfach dein ding und ich mache aber mein ding ich lasse mich davon nicht abbringen von dem was ich gerne möchte ja du musst quasi nicht mehr der fußabstreifer sein für andere leute weil das ist ja das was wir so oft versuchen oder nicht versuchen sondern teilweise auch sind ja wir sind ja oft der effekt eben von den bewertungen der anderen und dann denken wir aber ich darf ihn jetzt nicht bewerten und das bedeutet ich muss mir alles gefallen lassen nein das bedeutet es nicht eben wie die dann jeder richtig sagt du darfst für dich wählen und sagen okay das funktioniert für mich nicht mehr und das ist eine wahl die du triffst und keine bewertung und das ist vielleicht wichtig da an der stelle zu sagen da geht es dann darum welche wahl triffst du jetzt mit dem gewahrsein dass dich jemand permanent bewertet genau und ich finde auch ja da da vielleicht auch mal einfach sozusagen es ist total okay wenn du feststellst dass du vielleicht die andere person einfach auch hart bewertest dass du irgendwie merkst okay krass man ja okay ich muss mich da schon auch ein bisschen an der eigenen nase packen und das sind halt wieder diese schritte wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben das thema kannst du dir einfach anschauen wenn du magst du kannst ja einfach angucken okay erstens mal geil ja dass mir aufgefallen ist dass ich die person so arg bewerte also das finde ich ist also ich finde dieser moment des bewusstseins ist schon mal so okay es ist alles halb so wild weil jetzt weiß ich welche hase hier läuft und jetzt kann ich mich für was anderes entscheiden und dann guckst du einfach okay was möchte ich gerne damit machen möchte ich was damit machen ja auch eine ganz wichtige frage und dann wählst du für dich wie du weitergehen willst und das bedeutet nicht dass diese person nicht vielleicht doch irgendwann wieder in dein leben kommt ja weil ihr einfach wieder weiß ich nicht hat man ja auch so entwickelt sich auseinander dann entwickelt sich wieder zusammen und das ist einfach auch so der fluss des lebens und ich finde es ist sehr gesund diesem fluss zu folgen ja ich drifte gerade ab weil ich bin gerade wirklich in so dieser vision drinnen von ja was ist wenn wir endlich aufhören würden uns alle gegenseitig zu bewerten es wäre so ein friedlicher ort eben wo es nicht mehr ich nenne es jetzt mal auch moral aposteln gibt was man machen darf was man nicht machen darf wie man sein soll was man sich wie man nicht sein soll was man sich erlauben darf was man sich nicht erlauben darf wenn das endlich mal aufhören würde das ist das also wirklich was braucht damit wir diese realität kreieren wo wir uns einfach nicht mehr bewerten und ich glaube so dass was ich aus den kursen viel mitkriege das meiste hindernis ist wirklich warum die leute sich das leben nicht kreieren das für sie funktioniert weil es könnte es jemand bewerten und da bin ich aber wieder bei dem punkt es gibt die die menschen die wirklich etwas kreiert haben die wirklich großes geleistet haben diese riesigen visionäre das sind menschen die sind überbewertungen hinausgegangen die haben überbewertungen hinaus kreiert die haben auf wienerisch gesagt die haben darauf geschissen du kannst auch mal berühmte persönlichkeiten beobachten die kreieren überbewertungen hinaus das heißt aber nicht dass sie nicht bewertet werden von vielen menschen ganz im gegenteil die werden wahnsinnig oft bewertet und für alles bewertet und ja was ist wenn du dir erlaubst einfach wirklich darüber hinaus zu kreieren das ist auch dort wo du du selbst bist da wo du ja auch deine freude leben kannst mit dem die und du weißt etwas ganz besonderes du weißt etwas was wir nicht wissen und umgekehrt und das ist ja das coole und das darf jeder zum vorschein bringen und das was ja auch oft passiert ist eben man wird zu bewertet und das passt nicht und das was nicht und das was nicht und das machst du falsch und das machst du schlecht und das ding ist ja dass wir dann versuchen uns noch mehr zu bemühen wir geben uns noch mehr auf für menschen die uns bewerten und was ich auch immer sehr faszinierend finde ist wenn man so einen tag vergehen lässt und man liegt am abend im bett und man hat angenommen eine nachricht empfangen die bewertend war und eine nachricht wo einem jemand geschrieben hat oh wow ich bin super dankbar für dich mit was beschäftigst du dich am abend mit der nachricht die bewertend war es ist ja es ist einfach irrsinnig das ist wirklich irrsinn den wir da betreiben total ich finde einfach diesen aspekt von bewertung und sich auch mit dem thema zu befassen auch wenn es vielleicht unbequem ist ich finde es so wichtig es ist so 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 wichtig weil das leben wird freudvoller das wird immer leichter wenn du dir einfach auch selbst die erlaubnis gibst dich von bewertungen zu lösen und auch hier es geht nicht darum dass du jetzt von heute auf morgen da wieder irgend so einem komischen ungesunden perfektionisten muss nachjagen muss oder dass du uns jetzt hier benutzt um dich scheiße zu fühlen ja weil du so viel bewertest in deinem leben wir sitzen alle in einem boot und jeder schritt ist ein schritt der gefeiert werden muss meiner meinung nach und jeder moment in dem du feststellst dass du bewertet hast und dich dafür entscheidest okay geil jetzt kann ich eine andere wahl treffen jetzt bin ich mir wieder ein bisschen gewahrer darüber was läuft in meinem leben das ist einfach das sind einfach diese schritte die es braucht und was ich total gerne jetzt noch mal so ein bisschen beleuchten würde ist was können wir also wirklich hier ausrufezeichen an dieser stelle hol dir wenn du nicht gerade auto fährst zettel und stift wenn du möchtest und lass uns mal dahin gucken was können wir wirklich im alltag tun ich sage immer so schön was können wir an der supermarktkasse tun um zu üben bewertungen loszulassen was sagt tante sophie dazu was sagt sophie dazu ja bewertungen loszulassen das stimmt nur tatsächlich geht es auch darum bewertungen zu empfangen wie viel mehr bewertungen kannst du empfangen die supermarktkassiererin bewertet dich weil du hast das geld nicht zu schnell an der hand okay danke für diese bewertung ich liebe dieses tool hat schiegen macht so viel spaß das macht so viel spaß jedes mal wenn und das ist jetzt wirklich ein werkzeug das du anwenden kannst ja jedes mal wenn dich jemand bewertet kannst du einfach katsching dir denken in deinem kopf weil du machst 5000 euro mehr im jahr und jedes mal wo du bewertest verlierst du 10.000 euro im jahr also fang an bewertungen zu empfangen du kannst nämlich bewertungen auch einfach als kompliment sehen dadurch die leute bewerten erlauben sie sich auf irgendeine art und weise nicht so zu sein wie du deshalb müssen sie dich überhaupt erst bewerten würden sie sich erlauben auch so zu sein würden sie dich nicht bewerten mein freund würde jetzt glaube ich völlig ausflippen vor freude weil wir schon ganz oft in den letzten jahren darüber gesprochen haben eben auch so seitdem ich mich selbstständig gemacht habe so für mich was auch einfach ein riesengroßes thema und es ist auch immer noch ein wachstumsbereich ja auch jetzt mit dem podcast launch oder kommen einfach neue situationen auf einen zu und wir haben uns eben auch so drüber unterhalten weil er mal so meinte finde ich auch sehr weise hat gesagt naja du merkst halt daran dass du dein leben wirklich erfolgreich erschaffst und erfolgreich wirklich mal über geld hinaus gesprochen über social media reichweite hinaus gesprochen sondern ein was für dich erfolgreich ist ja wie sich es für dich erfüllend und erfolgreich anfühlt hat er gesagt da ist halt ein gutes indiz dafür dass hat einfach mehr leute dich bewerten und auch vielleicht verurteilen oder dass du mehr kritik empfängst und er ist halt immer so ein typ er sagt so ja geil arschbombe rein wie kann ich es provozieren also okay wenn ihr wenn ihr mich kritisieren und bewerten wollt dann bitte richtig und bitte nehmt euch nicht zurück so nach dem motto und ich finde diese einstellung also er hat so eine leichtigkeit mit bewertungen und so eine leichtigkeit damit wirklich auch nicht verstanden zu werden es macht richtig viel bock sich mit ihm darüber zu unterhalten großartig also ihr könnt auch das tool nehmen von danielas freund oder ihr probiert es mit dem katsching tool was immer für euch besser funktioniert ich finde beide sehr süß ich werde mal das auch mit von deinem freund ausprobieren und auch bei dem katsching da geht es nicht irgendwie dass du es jetzt ja wieder in deinem verstand verstehen musst oder so ja sondern einfach wirklich nur lernst bewertungen zu empfangen oder ja familien bewerten einen oft die schwiegermutter bewertet einen oft und dann sich einfach da da zu sitzen und sich zu denken ja cool katsching 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 danke katsching katsching danke für deine bewertung ich habe heute zu lange haare haare okay katsching was gibt es noch für bewertungen du trägst schwarz oh mein gott du musst wohl irgendwie eine ein dämon sein okay danke katsching du machst die falsche handbewegung katsching absolut absolut oh mein gott ich musste mir gerade echt den arsch ablachen und es ist ja wirklich auch zu wissen du nimmst den menschen den boden unter den füßen du machst sprich du machst ihre bewertungen nicht mehr real wenn du dir erlaubst wirklich diese bewertungen zu empfangen wenn du sie nicht mehr bedeutsam machst nicht mehr signifikant machst das ist einfach so eine ganz andere energie und die leute werden aufhören dich zu bewerten sowieso ja wenn du kein wert mehr auf diese bewertungen legst dann hören die auch automatisch sowieso auf weil sie sie haben keine macht darüber ja doch ein ziemlich geiles wortspiel mit dem bewerten und ja wie viel wert legst du einfach oder wie viel wert hast du bis jetzt auf die bewertungen anderer gelegt so dass das für sie halt auch einfach die einladung ist dich mit bewertungen zu überschütten ja und was ist wenn wenn halt wirklich dieses empfangen von dem was du dir eingeladen hast sozusagen auch genau dieser shift ist nachdem du immer gefragt hast dass dieses empfangen dir genau diese leichtigkeit bringen bringen bringt weil du halt endlich diese widerstände loslässt die du dein ganzes leben lang vielleicht schon damit hattest und mit dir rumgetragen hast ja widerstände und genauso auch wo du dann versucht dass dich da anzupassen und und die perfekte version von dir zu werden also das ist ja glaube ich auch etwas sehr fatales was wir machen dass wir so uns dann so verbiegen weil wir es anderen personen recht machen wollen und da halt uns auch einfach dadurch wieder so krass von unserer eigentlichen freude und von dieser vibration die wir ja eigentlich sind abzuschneiden ja und ich meine welche verrückten ideen hast du vielleicht die andere leute für vollkommen absurd halten für zu verrückt und du denkst dir aber immer schon ich würde das so gerne in die welt rausbringen ich würde gern ein buch darüber schreiben oder ich würde gerne ein bild dazu zeichnen aber die welt wird mich für verrückt halten ja so what folge deiner eigenen folge deinem eigenen gewahrsein und mach es und sei eine einladung dadurch und alle anderen und das ist ja auch das ding die leute die dich bewerten die können dich nicht empfangen und das ist auch nicht traurig zu sehen sondern die meisten menschen können einen nicht empfangen weil die meisten menschen aber viel zu sehr beschäftigt sind mit sich selbst und das ist okay nur die wenigsten menschen werden dich sehen und das die frage ist halt die sich darstellt okay aber kommittest du dich jetzt zu dir selber und lebst du deine wahrheit auch wenn du am schluss alleine da stehst oder verbiegst du dich für alle anderen damit du irgendwo noch dazu gehörst sehr sehr spannende frage und auch hier keine bewertung ist es nur eine wahl die die du triffst es hat nichts damit zu tun ist dann ich sag das auch immer voll gerne so es gibt einfach kein amt das deine wahlen und deine entscheidungen im leben nach richtig und falsch prüft es gibt kein kein wie sagt man kein gericht vor dem du wie heißt das zeugnis ablegen musst wenn du dich auch dafür entscheidest dir jetzt einfach mal eine halbe stunde selber leid zu tun und so viel und ich wenn auch nicht zu dir nach hause kommen sondern du darfst einfach so sein wie du bist in jedem moment ja du hast es du hast es gerade so schön gesagt es gibt kein richtig und falsch wer wer beschließt was richtig ist und was falsch ist jemand der das bewertet was du machst als etwas falsch ist oder als etwas richtig ist und das ist derjenige der dann der richter ist und wie viel mehr leichtigkeit hätten wir in dieser welt wenn wir alle aufhören würden richter zu sein und ständig über andere menschen zu richten ja das stimmt ja sehr philosophisch ja es ist einfach so dieses wenn ich wenn ich da mit dir so darüber spreche und es einfach wenn ich in diesen raum reingehe von wertfrei bewertungsfrei dann macht das einfach so dann bringt das so eine entspanntheit dann würde sich niemand mehr verbiegen müssen niemand mehr würde versuchen in eine box zu passen jeder würde seiner freude folgen und wow auf welchem planeten würden wir leben und das ist ja das ding da sind wir wieder bei unserem altbekannten domino effekt den hast du jetzt auch schon ein paar mal gehört wenn wenn es nicht deine erste podcast folge ist hier dieser berühmte domino effekt dass wenn du deiner freude folgst bist du automatisch eine wundervolle inspiration eine wundervolle einladung für andere menschen auch freude zu wählen weil mal so eine ganz simple situation die auch tatsächlich mal was mit mimik zu tun hat nur noch mal kurz so als reminder freude bedeutet nicht dass du den ganzen tag nackt durch die wohnung springen musst also du kannst wenn du möchtest aber du musst nicht aber wenn du zum beispiel irgendwo spazieren gehst und sich dein herz einfach ganz leicht anfühlt und du dich für die du einfach dich lebst du einfach gerade bist in diesem moment du spürst die natur du spürst den wind keine ahnung spürst die sonne auf deiner haut was auch immer und dann kommt dir eine person entgegen und du lächelst einfach und diese person ist auf einmal wie so aus ihrem ganzen gedankenstrudel rausgerissen und ist so oh wow und lächelt zurück und wie sehr hast du quasi einfach nur mit dem dass du du bist damit eine andere person auch ermächtigt sie selbst zu sein sich aus diesen gedankenstrudeln vielleicht aus den weiß ich nicht sorgen wie sie sich gemacht hat aus den problemen einfach auszuklinken und zu merken oh wow ich brauche einfach nur mal kurz meine Mundwinkel nach oben ziehen und irgendwie fühlt sich alles viel leichter an Realität irritiert oder dieses andere Beispiel du gehst in einen Raum jemand ist traurig und du bist in deiner Freude und du bist gerade einfach nur lustig drauf und ja klar kriegst du da Bewertungen weil da ist jemand der möchte gerade das Opfer sein und der findet das dann nicht cool wenn du in deiner Freude bist und ja er wird dich dafür bewerten dass du jetzt nicht traurig bist und dich nicht in das Drama vom anderen einkaufst nur damit wir sagen es dir oft genug bist du eine riesen Einladung auch trotzdem dass es einfach eine 50-50 Chance ist dass die Person dadurch auch einfach spürt diese Leichtigkeitswelle spürt und es der Person einfach besser geht dann schon sie einfach auch checkt okay das ist auch ja gerade nicht so gesund vielleicht was ich da gewählt habe okay jetzt lasse ich mich anstecken liegt aber natürlich nicht in unserer Macht das muss die Person schon für sich selber entscheiden sehr sehr cooles Thema ja okay nochmal Zettel und Stift raus ich möchte Sophie unbedingt nochmal ein bisschen ausquetten ob sie noch ein Lieblingstool hat das sie mit uns teilen möchte okay Zettel und Stift am besten ein Tool das so richtig schwierig ist Sophie so richtig kompliziert da bist du Expertin darin ja ich mag es kompliziert die interessante Ansicht jede Bewertung die du empfängst von irgendjemandem ist nichts weiteres eine interessante Ansicht ich liebe es mir einfach in meinem Kopf zu denken interessante Ansicht dass du diese Ansicht hast du findest ich sollte das so und so machen oder du findest ich habe das und das und das falsch gemacht interessante Ansicht dass du diese Ansicht hast es ist alles nur eine interessante Ansicht von Menschen es ist egal und ich gebe euch ein noch pragmatischeres Tool ihr könnt euch einfach auch denken fuck it schleicht die schleicht die fuck it wirklich who cares und auch da es ist was ist für dich oder was möchtest du in deinem Leben kreieren magst du weiterhin Bewertungen real und wertvoll und wichtig machen oder möchtest du einfach in die Gänge kommen und dein Leben kreieren so wie es für dich funktioniert vor allen Dingen sorry wenn ich dir jetzt schon wieder reingrätsche aber das ist so das ist eben genau der Punkt möchtest du Bewertungen von anderen Menschen wichtiger machen als dich verdammt nochmal nein also ich nicht was kommt hinten raus kommt hinten wenn du dich für den Weg entscheidest wirklich das raus was du in deinem Leben leben und erschaffen möchtest und all diese Burnouts alle diese ganzen Depressionen den Stress den die Menschen haben den haben sie aufgrund von Bewertungen weil sie bewertet werden weil sie bewerten weil wir uns für andere anpassen weil wir eben versuchen irgendwas darzustellen was wir nicht sind und weil es ja auch immer so heißt arbeite an deinen Schwächen und lebe bloß nicht deine Stärken jetzt mal so überspitzt gesagt und das sind halt alles Dinge die führen uns zu Krankheiten total ich muss da ich muss da total dran denken ich habe eine Ausbildung in Psychomotorik gemacht das habe ich in meiner Vorstellungsfolge schon mal kurz erzählt und das ist so ein bedürfnisorientiertes Bewegungskonzept und was mich daran so berührt hat und so fasziniert hat das war so eine wunderschöne Ausbildungszeit weil wir da bewusst trainiert haben nicht zu bewerten und wir haben uns wirklich auch aus also wirklich wir haben da Sachen gemacht es war einfach nur großartig und ich habe mich gefühlt einfach wieder wie ein kleines Kind und in diesem und ich sage mal so die Philosophie davon ist halt tatsächlich genau das was Sophie gerade gesagt hat die Stärken zu stärken den Fokus darauf zu richten oh wow keine Ahnung das Kind liebt es das und das zu tun warum sollte ich es dazu zwingen was zu tun was es hasst und was es frustriert wenn es und das ist halt das Spannendste ich lasse dieses Kind frei tun was ihm oder was ihr Spaß macht lasse dem Kind oder dem Erwachsenen du kannst Psychomotorik mit jedem Alter machen den Raum wirklich der eigenen Freude zu folgen und das Spannende ist dass das was vielleicht jemand von außen am Anfang als Schwäche betitelt hätte an der man dringend arbeiten muss es muss dringend an seinen motorischen Fähigkeiten arbeiten das kommt on the go auf einmal entwickeln sich die motorischen Fähigkeiten und du denkst dir so ja geil okay und das Kind hat auch noch Spaß dabei so geht es auch ja und was ist wenn ja jede Schwäche tatsächlich eine Stärke ist also Paul Watzlawick hat ja schon gesagt was ist das Gute im Schlechten ich formuliere es gerne anders ein bisschen mehr Access-like ich sage gerne was ist richtig daran was wir noch nicht anerkannt haben und da geht es jetzt nicht um die Bewertung von richtig und falsch sondern bei dem Tool geht es darum dass man gar nicht erst in die Falschheit geht und kommt sondern diese Großartigkeit einfach erkennt genau was ist wenn Legasthenie auf eine Art und Weise eine Stärke ist was wissen die vielleicht hier über Buchstaben über Sprache genauso ist das gleiche mit Autismus was ist richtig daran was wir noch nicht anerkannt haben die meisten die Autisten sind sind einfach super wahrnehmend und funktionieren auf einer anderen Wahrnehmungsebene als wir die jetzt eine linke und rechte Gehirnhälfte haben und also haben sie natürlich auch die Funktion der rechten und linken Gehirnhälfte und und also da gibt es ja unzählige Beispiele man hat mich zum Beispiel auch immer bewertet für mein Deutsch dass ich nicht so in der Schule was ja die Daniela schaut gerade skeptisch in der Schule muss ich zum Beispiel immer so alles so ausformulieren und so ausschmücken und ich bin nicht die Ausschmückerin ja das und das war was so so bist du irgendwie erzogen worden in der Schule ja du musst die Sätze müssen über fünf Zeilen gehen und so bin ich halt nicht okay was ist richtig daran ich kann Dinge ziemlich kurz und knackig auf den Punkt bringen keep it short and simple ja deshalb konnte ich auch 20 Jahre lang als Werbetexterin arbeiten und ich habe sehr wohl Fähigkeiten mit Sprache ich kreiere meine eigenen Wörter und bin auch Dollmetscherin also alles ist möglich und hätte ich mich aber eingekauft in die ganzen Bewertungen von meinen Lehrern ja super dann sollte ich jetzt meinen Mund halten toll danke dass du hier bist danke Sophie oh Gott und das ist wirklich eine der Fähigkeiten also ich liebe ganz viel einfach an Sophie und ich liebe es dass wir uns so mega ergänzen und wir haben schon auch sehr viele Unterschiede sage ich mal also finde ich und ich bin einfach das komplette Gegenteil ich laber und laber und laber und laber und ich habe in der Schule meine Aufsätze waren immer mega lang für mich war es voll schwierig wenn jemand gesagt hat der Aufsatz darf nur fünf Seiten haben ich war so fuck wie soll ich das schaffen dann habe ich viel kleiner geschrieben damit naja oder einmal hätte ich fast ein Sechs kassiert in Deutsch weil weil ich einfach schon immer irgendwie so eine Träumerin war und ich war halt voll früh fertig mit meinem Aufsatz und der war halt mega schön der ist richtig gut geworden ich war mega stolz und ich war echt auch schon alt also ich war schon in der zehnten Klasse und da wurde ich ganz hart bewertet weil ich auf meinen Aufsatz also ich habe den verschönert ich habe den mit also so ganz leicht schraffiert bemalt und meine Lehrerin ich habe so schöne Blumen da drauf gemalt und ich war so voll ich war so erfüllt danach dachte mir oh Gott ich liebe Deutschschulaufgaben alle haben sie gehasst für mich war es geil oh Gott und meine Lehrerin hat mich so rund gemacht die hat mich so rund gemacht das ist so unprofessionell und blablabla und ich war so was das ist wunderschön du hast keine Ahnung das ist so ein cooles Beispiel für Bewertung weißt du du machst etwas anderes als du machst es anders als alle anderen und du wirst dafür bewertet das ist so absurd das ist immer dieser Irrsinn dieser Realität und das ist keine Bewertung sondern das ist eher ein Gewahrsein dass diese Realität manchmal ein bisschen irrsinnig ist und auch widersprüchlich ganz oft finde ich total weil es heißt immer du sollst individuell sein du sollst deine Individualität leben aber dann sollst du bitte trotzdem in die Schublade passen also irgendwo solltest du dann schon so sein wie die anderen soll bitte alles messbar sein voll schräg aber echt ein geiles Beispiel und ich meine wenn wir es mal rein von so einer bewertenden Ebene sehen dann dürften Sophie und ich ja eigentlich auch überhaupt jetzt an der Stelle wenn wir mal wirklich in dieses Ding reingehen von naja wir müssen alle auf ein und dieselbe Art funktionieren damit alles reibungslos läuft und das ist verdammt nochmal nicht die Wahrheit weil dieser Podcast flutscht wie Gleitgel ja das läuft einfach nur und wir strengen uns wirklich nicht an und wir sagen mega und wir sagen cool und es tut uns nicht leid wenn wir das aufstößt wir sagen fuck it und was hast du vorher noch gesagt okay irgendwas scheißegal oder irgend sowas drauf geschießen drauf geschießen haben wir gesagt genau ja und es ist einfach ich mag immer diesen Satz total gerne sei einfach die weirdeste und auch gefuckteste und geilste Version deiner selbst die du einfach selber sofort heiraten würdest ja und wie viel Spaß kannst du damit haben wie viel Spaß kannst du damit haben eben dafür Bewertungen zu kassieren ja so what ja nochmal jemand bewertet dich weil er sich nicht erlaubt so zu sein und das ist nicht dein Thema genau das wollte ich auch noch kurz sagen das Tool das Sophie vorhin vorgestellt hat das lässt sich wundervoll auch für sich selbst verwenden also wenn du mal wieder morgens vorm Spiegel stehst und dir selber dabei zuhörst wie du dir denkst boah oi der du hast da nicht geschlafen heute Nacht was sind das für Augenringe und überhaupt boah du könntest mal wieder bla 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 aha interessante Ansicht dass ich diese Ansicht habe ja sehr interessante Gedanken die ich da gerade denke okay ja oder wenn du so dir denkst oh wow heute habe ich viel zu tun und oh mein Gott ich werde das nicht schaffen und ich werde das nicht fertig kriegen und wie bringe ich dieses mühsame Gespräch mit meinem Chef über die Bühne dann denke dir interessante Ansicht dass ich diese Ansicht habe und dann wenn der Raum auf ist und wenn du diese Ansicht gelockert hast dann stellst du eine richtig coole Frage vielleicht sogar eine von den Fragen wie viel Spaß kann ich damit haben wie viel Spaß kann ich damit haben Bewertungen zu empfangen wie viel Katschings kann ich heute sammeln während dieses Gesprächs oder ja oder wie viel Spaß kann ich mit den Bewertungen haben ja oder das andere Tool wie viel Spaß kann ich damit haben es abzufacken weil das lässt dich in diesen Raum eintreten wo du nicht mehr versuchst ständig perfekt zu sein weil das ist das was wir die ganze Zeit versuchen darzustellen vor allem im Berufsleben oh es muss alles professionell und perfekt sein ja das ist eine interessante Ansicht nein muss es nicht wir sind alle nur Menschen wie heißt das schön wir gehen alle morgens auf den Pott sagt man das bei euch in Wien auch nö weißt du was damit gemeint ist ja ich habe mir gedacht das ist aber auch eine interessante Ansicht weil manche gehen abends oder zum Mittag verdammt okay interessante Ansicht also sagen wir nicht wir gehen morgens auf den Pott sondern wir gehen auch alle einfach nur auf den Pott ja genau vielleicht auch ins Loch man weiß es nicht du kannst ja auch ein Loch graben und da rein machen anyway ich glaube du hast jetzt verstanden worauf wir hinaus wollen ja hab einfach viel zu viel Spaß bitte ja bitte 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 und auch mit den Bewertungen hab einfach viel zu viel Spaß und bitte lass dich nicht wegen irgendwelchen Bewertungen aufhalten oder ja mach ich könnte noch eine Stunde mit dir drüber sprechen weil wie viel von unseren Geldkreationen minimieren wir auch weil uns irgendjemand bewerten könnte ich kann mich erinnern ich habe mir einmal so teure Schuhe gekauft und ich hatte es in der Werbeagentur an das waren so Sneaker von Brada ja ich gebe es zu und geil ich habe 500 Euro Sneakers angehabt oh mein Gott und dann kam gleich eine Kollegin der ist es sofort ins Auge gestochen und es war dieses das ist aber schon ein bisschen dekadent Brada Schuhe ja interessant für dich ich erlaube es mir einfach die Schuhe machen meinem Körper Spaß sie machen mir Spaß ich wollte sie einfach haben mein Körper wollte sie haben und ich ziehe sie einfach an und wenn es wem nicht passt okay voll geil feiere ich und ich möchte noch ganz kurz an dieser Stelle auch sagen es geht auch um die positiven Bewertungen wir kassieren ganz oft positive Bewertungen die auch ein Kontrollwerkzeug sind weil macht euch mal bewusst für was ihr positiv bewertet werdet vielleicht sind das auch Sachen die demjenigen voll in die Finger spielen nein in die Karten spielen ja vielleicht sind das Dinge die dem anderen in die Karten spielen und es fängt schon an in unserer Erziehung wenn wir dem Kind sagen oh du hast aber brav aufgegessen ja das ist weil Mami hat die Ansicht du musst alles aufessen oder Omi hat die Ansicht du musst alles aufessen positive Bewertungen sind aber etwas anderes als Anerkennung man kann sehr wohl Menschen anerkennen für das was sie sind nur dazu muss ich sie gar nicht bewerten und ich kann auch dankbar sein für Menschen ohne dass ich sie bewerte weil Dankbarkeit kann ohne Bewertung existieren das ist auch falls du dich jetzt vielleicht fragst was der Unterschied ist zwischen der positiven Bewertung und Anerkennung also falls du gerade weder auf dem Radl hockst noch im Auto kannst du mal für einen ganz kurzen Moment deine Augen schließen und dich einfach mal mit dieser Energie davon verbinden dass du als Kind etwas gemacht hast weil du einfach wusstest dass du danach Lob bekommst und dann hat dich deine Mama dein Papa der Mensch bei dem du da gerade warst auch mit ganz den konkreten Worten dafür gelobt wie die Person das gerne haben will nicht so einen Raum aufgemacht der Anerkennung sondern wirklich so dieses das ist total toll dass du das jetzt hier gerade so ordentlich sortiert hast zum Beispiel oder das ist das ist total toll dass du wirklich sogar dein Gemüse aufgegessen hast wow dieses hervorheben ja und spür einfach mal finde vielleicht auch einfach ein Beispiel das für dich besser passt und spür mal in deinen Körper okay und jetzt lass einfach mal das los was wir gerade hatten und spür einfach mal rein dass dich eine Freundin anruft die Mama anruft der Papa wer auch immer und einfach pure Dankbarkeit für dich hat dich einfach so freut deine Stimme zu hören frei von irgendwelchen Vorwürfen frei von so einem oh ich hab dich so lange nicht gehört sondern einfach nur dieses hey wow es ist so schön dich zu hören und fühl mal den Unterschied wirklich in deinem Körper was da passiert das ist Anerkennung das ist Dankbarkeit das ist wirklich einfach dieses Präsenzsein miteinander und das hat nichts mit Kontrolle zu tun so jetzt darfst deine Augen wieder aufmachen wenn es magst kannst du auch zulassen wow ja dem ist nichts mehr hinzuzufügen das ist so gut dass du das noch angesprochen hast weil das ist so wichtig zu verstehen ich hab das so weißt du was ich hab für mich waren okay letzte Geschichte in meinem Business haben mich am allermeisten von Anfang an diese positiven Bewertungen fertig gemacht und ich hab nicht gecheckt warum ich hab richtige Stresssymptome gehabt ich hab richtig so Herpesbläschen bekommen bis ich irgendwann mal rausgefunden habe dass das eine ganz bestimmte Art von nennen wir es positivem Feedback ist das immer an so das immer sich so gezwungen angefühlt hat an so einen Raum von Erwartungen und das ist und das ist eine ganz feine Nuance weil das können ähnliche Worte sein die einfach pure Dankbarkeit ausdrücken und einfach sagen boah weißt du du bist einfach danke dass es dich gibt ja und es kann aber halt auch einen Raum geben in dem du spürst okay krass hätte ich jetzt vielleicht eine andere Idee an der Stelle umgesetzt wärst der Person voll sauer aufgestoßen ich weiß nicht ob man das weißt du was ich meine ja wo du gemerkt hast wo du dir gewahr warst dass es an eine Erwartungshaltung geknüpft war genau oder halt auch so ein bisschen dieses ja wenn du das wieder so machst bin ich nächstes Mal dabei bei dem Event da bin ich froh dass ich so einen kleinen rebellischen Anteil in mir habe dass mir das einfach wurscht ist aber das finde ich sind so diese kleinen Nuancen und ja cool dass du es noch angesprochen hast Sophie sehr gerne okay ich würde sagen wir beenden die Podcast Folge an dieser Stelle auch wenn wir wahrscheinlich noch eine Stunde weiter reden könnten wenn du Lust hast lass uns so gerne eine Frage da oder auch einen Themenwunsch oder erzähl uns einfach was die Folge mit dir gemacht hat wir freuen uns immer und wir hören uns nächste Woche Sophie tausend Dank an dich danke liebe Daniela und danke an euch danke dass ihr da seid lasst es euch gut gehen anerkennt euch anerkennt euch bye 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 Untertitelung des ZDF, 2020